So Leute, jetzt gibt es 7 Arten von Schülern auf Klassenfahrt von Lidiero. Leute, schaut unbedingt bei Lidiero vorbei, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Es lohnt sich. Wirklich ein sehr, sehr cooler YouTube-Channel. Schallert da auf jeden Fall das Abo und den Like rein. Und jetzt bin ich gespannt. Ich bin ja immer sehr gerne auf Klassenfahrt gefahren. Ich war am Gardasee, dann Venedig, Cottbus, Sylt, Malente und in Berlin. So, jetzt aber, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wo wart ihr auf Klassenfahrt? Würde mich mal interessieren. Gibt es Schulen, die nach Amerika fliegen? Auf Klassenfahrt? So Rich-Kid-Schulen? Das wäre cool. Boah, das hätte ich gerne gemacht. So. Hey, hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. 7 Arten von Schülern auf Klassenfahrt. Wieso ich Klassenfahrten geliebt habe. Mir kommen sehr viele schöne, aber zum Teil auch verrückte Erinnerungen hoch. Und ich komme ehrlich gesagt nicht drauf klar, wie Lehrer sich dazu entscheiden, eine ganze Woche mit 20 wahnsinnigen Teenagern unter einem Dach zu verbringen. Ich meine, erinnert euch selbst daran, was für dummes Zeug man auf Klassenfahrten anstellt. Der Krieg beginnt... Auf jeden Fall. Jemand wollte aus unserer Klasse mit Alkohol in den Bundestag. Weil wir hatten halt so eine Führung gebucht. Und am Anfang wird man... Also die Taschen werden halt durchsucht und so weiter, bevor du da reingehst. Und dann hatte... Stimmt. Das ist einfach das zweite Mal, dass ich heute Michi... In dem anderen Video hatte ich heute auch schon über Michi geredet. Aber auf jeden Fall hatte der so eine Mische in seinem Rucksack. Boah, unser Lehrer... Grüße gehen raus an Herrn Möller. War so beschämt. Der hat sich so geschämt, dass jemand von seinen Schülern da versucht hat... Mit einer Mische. Ah, das war... Er hat... Ah, das war... Junge. ...wird ja schon vor der Klassenfahrt mit langen Diskussionen, wer mit wem in welchem Zimmer schlafen wird. Oh ja. Und zudem hat noch jeder Schüler seine eigenen Macken. Und darum wird es auch in diesem Video gehen. Also lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, ich fange an. Let's go zum ersten Typen. Erstens. Der lasst uns lange wach bleiben, Team. Oh nein. Ein Leiter, lasst uns heute die ganze Nacht wach bleiben, Energydrinks trinken und reden. Wir werden wie wahre Gangster gegen die Regeln verstoßen. Ist das nicht mega cool? Derselbe Typ um 19.20 Uhr. Ja, du bist wirklich ein wahrer Gangster. Vor allen Dingen, man musste auch auf Klassenfahrt immer möglichst früh einschlafen, weil es gab immer ein, zwei Leute, die geschnarcht haben. Junge, das war so ätzend. Wir haben es aber wirklich einmal durchgezogen und am nächsten Tag hatten wir einen Wandertag. Wir waren gar nicht müde. Zweitens. Der Unerwünschte. Ja, das ist wahrscheinlich ein Klassiker. Auch wenn es eigentlich... Ja, es ist einfach so. Ja, ihr geht jetzt mit Tobias in ein Zimmer. Oh nee. Herr Möller, nicht mit Tobias. Der scheißt immer ins Bett. Ziemlich traurig ist. Denn kennt ihr das, wenn ihr ein Zimmer nur mit euren besten Freunden bekommt und euch so richtig drauf freut? Yo Leute, wir werden eine Party schmeißen und dann die ganze Nacht über die Mädchen aus dem Nebenzimmer lästern. Und am Ende, nachdem sich alle Schüler in perfekte Gruppen aufgeteilt haben, bleibt irgendein Doof übrig. Und wer bist du? Ich bin der Timmy. Bist du etwa neu hier? Nee, ich bin schon seit der ersten Klasse dabei. Ach echt? Okay, und du hast noch kein Zimmer, oder? Nein. Welchen niemand irgendwie in sein Zimmer haben möchte. Und da es zufälligerweise gerade in eurem Zimmer ein freies Bett gibt, zieht ihr die Arschkarte und der übrig gebliebene muss bei euch schlafen. Ja. Drittens. Der Smartphone-süchtige Typ. Ja gut, das gab's von mir nicht. Wir kennen ihn alle. Dieser Dude hier. Viertens. Der Hamster. Und damit meine ich diesen einen Typen, der auf Klassenfahrt einen riesigen Koffer mit Snacks mitnimmt und die ganze Zeit nur am Knabbern ist. Ernsthaft? Gibt es solche Leute, die so mega viele Snacks dabei haben? Wir hatten bei uns in der Schule immer einen, der hatte generell in der ganz normalen Schultag-Situation, hatte der immer mega viel Essen dabei und jeder hat bei ihm geschnorrt. Grüße gehen raus an Sascha. Aber nee. Was? Es gab Leute, die hatten mehr Kohle mit als andere. Teilweise hatten Mitschüler mega viel Geld mit auf Klassenfahrt, obwohl wir nur Betrag XY mitnehmen durften. Ach mal, wie schaffst du es nur so viel Zeug in dich zu stopfen? Ich weiß auch noch, einmal, da hatten wir in Berlin Klassenfahrt und da hat ein Kollege, also mit dem bin ich immer noch befreundet, der hatte am Vorabend ein bisschen ins Glas geschaut. Das Ding war, wir wollten alle zum Frühstück und wir hatten aber nur einen Schlüssel. Also hat Hendrik einfach ihn eingeschlossen, weil er wollte den Schlüssel, er war Schlüsselträger. Er musste abschließen und dann haben sie halt Olli eingeschlossen und der ist danach richtig ausgerastet. Der meinte, wie könnt ihr mich hier einschließen und so weiter und hat dann, der war immer ganz gut durchtrainiert, hat er mit seiner Faust in so einen Eisenschrank gehauen und hat halt diese Tür komplett zerfetzt. Das war geil, also das war, ja. Na sowas, das ist natürlich ein Argument. Aber danach hat er sich beruhigt und hat dann noch probiert, diese komplett eingeschlagene Tür wieder so ein bisschen zu richten. Daran habe ich noch nie gedacht. Also kurze Erklärung, das war jetzt keine irgendwie Zentimeter dicke Eisentür, sondern das war halt so ein relativ dünn. Aber er hatte trotzdem Power. Was für weise Worte. Wenn ihr auch so ein Typ seid, der ständig nah am Knabberne ist, dann lasst diesen Hamster-Emoji in den Kommentaren da. Ich bin... Es gerne, aber... Fünftens, der Smartphone-süchtige Hamster. Oh, was ist das? Oh, ist das so ein Milchbrötchen? Boah, Leute, Milchbrötchen. Kennt ihr Milchbrötchen? Junge, die sind so lecker. Ich glaube, das ist so... Die Überschrift dafür könnte auch heißen, ein kleiner Ausschnitt aus Selinas Leben am Abend. Sechstens, die Pest... Oh, ja. Eine Pizze in seinem Zimmer zu haben, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was auf Klassenfahrt passieren kann. Ich habe gesehen, dass ihr euch Energydrinks gekauft habt, obwohl es uns verboten wurde. Und ich werde das alles... Sind Energydrinks verboten? Ich muss zugeben, ich halte jetzt... Da hat sich meine Meinung auch so ein bisschen geändert. Nicht so viel von Energydrinks. Aber... Dass die verboten sind? Ab wie viel Jahren darf man ein Energydrink kaufen? 16? 18? 14? Frau Müller erzählen. Okay, das Zweitschlimmste. Nach dem Bettdecken beziehen. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, was daran so toll ist, jemand anderes zu verpetzen. Okay, ich verstehe, wenn ihr zu eurem Lehrer hinrennt, weil einer eurer Mitschüler jemand anderes angezündet hat und diese Person gerade brennt. Oder ich weiß nicht, wenn jemand den dritten Weltkrieg starten möchte. Oder wenn jemand gerade die Organe eines Mitschülers im Darknet versteigert. Also ich glaube, ihr habt nicht verstanden. Wenn wirklich etwas sehr Schlimmes passiert, dann verstehe ich das. Und siebten... Ja, ich check's auch nicht. Warum snitchen manche Leute so übertriebenst krass? Also da hatten wir auch so ein, zwei Spezialisten in unserer Klasse, die halt... Oder nee, in unserer Klassenstufe. Also von den drei Klassen. Die auch gerne mal gesnitcht haben, wenn man irgendwie im Klassenraum ein bisschen Fußball gespielt hat oder so. Oder auf dem Flur. Jung, wo ist das scheiß Problem? Der etwas komische. In der Klasse gibt es meistens einen etwas speziellen Schüler, der immer auf irgendwelche komischen Ideen kommt. Damit meine ich diesen einen Schüler, der seine Geschäfte ins Waschbecken erledigt, weil die Toilette zu weit weg war. Was? Wer kackt denn ins Waschbecken? Also kurz gesagt, er hat nicht alle Tassen im Schrank. Halt dieser eine Typ mir den merkwürdigsten Vorschlägen. Ey Leute, lasst uns doch Flaschendrehen spielen. Aber etwas extremer. Da ich dich so gut kenne, möchte ich sicherheitshalber fragen, was du mit etwas extremer meinst. Naja, derjenige, der die Flasche dreht, sprüht sich Sahne auf den Körper drauf. Und der, auf den die Flasche dann zeigt, muss die Sahne ablecken. Ist das nicht lustig? Ah, das ist ein merkwürdiges Spiel. Aber ich bin dabei. Schreibt in die Kommentare, was das komischste war, was ihr bis jetzt auf Klassenfahrt gemacht habt. Und noch eine Sache. Welcher Typ bist du? Ach, übrigens, es gibt eine neue Serie, die heißt Echt. Echt? 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 Sie heißt Echt Echt Echt? Dort geht es um Schüler der 6. Klasse, die ratet mal, wohin fahren? Ins Weltall? Klassenfahrt. Ja, Mann, genau. Ins Weltall und bekämpfen dort Aliens. Niemand auf Klassenfahrt. Wir wissen ja jetzt alle, was auf Klassenfahrten so alles passiert. Intrigen, Streit, Freundschaft und Tränen. Auf jeden Fall handelt diese Serie von einer Freundschaft zwischen zwei Mädchen. Mia und Serdar. Die beiden sind schon seit dem Kindergarten beste Freunde. Doch ein weiteres Mädchen kommt dazwischen. Oh, oh, nein. Sie ist sozusagen die Trendsetterin der Klasse und will eine Freundschaft mit Serdar starten. Mia fühlt sich dann aber in dieser Freundschaft fehl am Platz. Und vor allem als Jens... Und dann zündet sie den kompletten Bus an. So ein Mega-Plot-Twist. Mia ratzelt einfach aus. Sie hat eine Kalaschnikow gefunden. Und... Und plötzlich holt Serdar die AK. Sorry, Leute. Ich bin gerade aufgestanden. Ich bin noch ein bisschen müde. Mein Gehirn ist noch ein bisschen im Stand-by-Modus. Aber es hat irgendwie Bock auf eine Kalaschnikow. Aber wenn ihr das Ganze spannend findet, könnt ihr euch die Serie jeden Freitag im Kika anschauen. Oder auch unter ztftv.de. Oder auch auf der ztftv-App. Da kommen die Folgen jeden Donnerstag online. So viel Dank. Echt? Echt? Hier an der Seite findet ihr noch zwei weitere Videos. Das letzte Video von mir und ein mega cooles Video von dem Kanal. Ja, finde ich super. Abonnieren und liken. Nicht vergessen.